Der Sommer kommt mit großen Schritten und so tut sich einiges und wir sind hier in Marzahn. Hier gibt es ein ganz neues Kinderland. Ein Kinderland, bei dem man nur 7,50 Euro Eintritt zahlen muss und dann kann man den ganzen Tag alle Karussells fahren, so viel wie man will. Wir haben auch noch eine ganz besondere Überraschung für euch, aber dazu kommen wir später. Was wäre ein Kinderpark ohne Eisenbahn? Natürlich fehlt auch hier so etwas nicht. Louisianaland ist gut geeignet für Kinder zwischen 2 und 12 Jahren. Für die Kleinen gibt es nicht nur Karussells mit den Freunden von Biene Maja, sondern auch ein schönes Riesenrad und ein Mini-Kettenkarussell. Interessant sind dann auch die historischen Fachgeschäfte. Das Kettenkarussell zum Beispiel wurde 1920 von dem in Panko lebenden Otto Witte gebaut. Otto Witte war, wie auch jetzt noch die Familie, Schausteller und reiste durch die ganze Welt. Weltweiten Ruhm erreichte er damals durch eine Verwechslung, die ihn fünf Tage zum König von Albanien machte. Eine Oldtimerbahn und weitere Karussells runden das historische Ambiente ab. Wirklich interessant ist eine kleine, unscheinbare Lohrenbahn. Die kleinen, engen Kurven bereiten doch viel mehr Spaß, als man es vermuten würde. Im Eingangsbereich des Geländes befindet sich ein gigantisches Zelt von mehreren tausend Quadratmetern. Dieses Zelt ist zum einen Teil mit vielen unterschiedlichen Hüpfburgen ausgestattet, die auch bei schlechtem Wetter ungetrübten Spaß ermöglichen. Aber das ist noch nicht alles. Der separate Zugang ermöglicht auch hier separate Events. Natürlich wurde auch an die Erwachsenen gedacht. Ein riesiger Mississippi-Dampfer, der hier auf dem Geländer ist, bietet ein Restaurant, Veranstaltungsraum, eine Tanzfläche und eine Bühne. Hier gibt es natürlich zur WM auch Public Viewing, selbst bei strahlendem Sonnenschein. Die Eventfläche bietet also nicht nur Platz für Kindergeburtstage. Der Eintritt ist für Erwachsene kostenlos. Nur ein Verzehrbank von 3 Euro wird fällig. Kinder bis 12 Jahre zahlen eine Tagesflatrate von nur 7,50 Euro. Diese gilt natürlich für alle Fahrgeschäfte und Hüpfbogen. Damit es Ihnen leichter fällt, mal nach Marzahn zu fahren, gibt es jetzt das Kennenlernticket zum Sonderpreis von nur 99 Cent. Diese Kennenlerntickets finden Sie im Internet auf www.wip-events-berlin.de und nur dort. Sie erhalten dort Ihr persönliches Ticket per E-Mail zugeschickt, welches Sie einfach ausdrücken und mitnehmen. Das Angebot ist limitiert und deshalb lohnt es sich, schnell zu sein. Das Lusianerland befindet sich mitten in Marzahn, unweit des S-Bahn-Hofs Raul-Wallenberg-Straße in der Bitterfelder-Straße, Ecke Rosenberg-Straße. Direkt gegenüber der ATU und auch McDonalds ist es nicht weit. Also es ist leicht zu erreichen, Parkplätze gibt es ja auch ohne Ende. Also insofern einfach mal ins Auto setzen oder in die S-Bahn und hierher kommen.